Hi, was geht ab? Willkommen bei meinem, nein, also nicht am Boxing, sondern einfach in der Review, denn ich habe was getauscht und zwar Uncharted 1 für ein sehr geiles Spiel, nämlich Battlefield 3, so 18 Jahre alt hier, die Seite sieht hammerhart aus, von EA. Hier ist ein Code, die ist leider nicht drin, die befindet sich hier, das ist am Laden, dauert ziemlich lange, und dann ist hier noch ein Code, muss ich gucken, dass ich den verdecke hier, Jo, und, ja, das war es schon wieder mit diesem Video, dann warte ich mal, bis das mal endlich fertig wird, und dann sage ich mal, na warte, nein, 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 hier lese ich noch vor, Gewinne von besten Action-Spielen und besten Online-Multiplayer-Spielen. Dank der eindrucksvollen Power der Frostbitte, zwei Technologie-Zerstörer, und das, ach, egal, das ist jetzt ein Spieler, ja, aber schon zwei, oder? Ja, ja, hier, ja, hier, ja, okay, das war es mit dem, und 100% Ant-Kart, das war es mit dem Spiel, und ich sage, bis zum nächsten Mal.